so sind wir da und gucken wir mal wie hat hier weitergeht so was stehen geblieben fünf minuten nach dem städt aber okay da ist aber auch hier ich kann mich die meiste zeit der nirgendwo hinbewegen es kommt gleich wieder diese volksbitter da unten ja ich komme da schon wieder nicht durch wenn das hier weg werde wenn wenn das hier weg werden wird das hier viel einfacher das einzige was hier hat mir auf die nüsse geht danke da geht auch nicht auf sie da kommt schon wieder die nächsten und da kommt schon wieder blöde flug ein da kommen wir da jetzt bin ich in gefahr mit ihm cool und die kommen immer genau im gleichen abstand das heißt da hat man kann sich selber ein wie viel heilt er sich bei 10 ich habe mich mehr als dass die mir austeilen wenn ich mal mit 15 schaden das würde ich sogar noch überleben hat schon wieder der nächste auf ich möchte mehr fliegende einheiten stelle ich gerade fest das hat ein bisschen einfacher gemacht hier ich wusste ich sag mal ja abstände der ganzen roten dinger die mich ja noch verwehren gerade euch doch ich werde es es ich habe schon waren 169 treffer 169 54 50 ich muss einfach leute mal hierhin hat klos hier in der nicht da in der mitte stehen würde der werte viel einfacher irgendwie muss ich da mit ihm gelöst gelöst kriegen sie können stäbe benutzen sich kann er hat von der reichweite purga tipp das heißt man nichts jetzt hier im parken 1 2 3 4 ich meine sie wird ja und ich bin ein schlag weg 30 42 24 ich bleibe ja noch mal für dich mal ein vorwärts dann haben wir mit dir ja noch was nicht genug ist aber ist in ordnung weil wenn die jetzt beide zusammen tun auf einen von denen ja losgehen reicht das schon glaube ich nein ja du musst ja vertreffer machen goldener lotos so ich wäre sehr froh wenn ihr mal auf ihn losgehen wird er keinen schaden macht naja naja ich habe doch gerade mal nachgeguckt okay was kannst du ein schlimmes anrichten das hier kannst du anrechnen sich gerade wenn ich ihnen hier platzieren damit davon alles die erledigt ne 48 59 ich glaube ich muss abmachen ich habe mich irgendwelche bonus wenn ich mit ihnen hier ich weiß nicht gesehen hat sie von beiden ach weil john da stand h deswegen ich sammeln einsätze was macht hat genau weil staatswerte ich halt machen einfach nicht und was sie hier hätten schaffen hat hoffentlich zu überleben was kann ich dich ja im platzieren aber das ist eine blöde idee aber vielleicht doch nicht 42 das sind um 20 er überlebt hat ich muss die leute hier hinpacken naja wir sollten eigentlich überleben soweit die theorie ich glaube wir überleben hat er hat ja noch ein bündnis ja okay nicht so wichtig so entscheidet euch mal endlich auf john loszugehen sehr gut ich hoffe ich war mehr leute da unten rechts ich habe meine an man diese wolfs verstärkungs einheiten weg sind da die viel einfacher weil da kommt wahrscheinlich wäre nächster weil er von neuen leuten bei den neuesten dinger fehlen ja noch den neuesten im leben wir ja mit neuen spielen ich bin noch ewig dauern bis hier fertig bin oh nein wenn ich die kritische chance da gesehen habe ne voll und sie hat lahmheit das heißt sie kann es nicht daraus bewegen cool kann sie wohl ich erzähle noch ist ich muss dich erledigen du hast keine ahnung wie 60 erledigen muss ja gerade so die maria hier sie werden ihn aber ziemlich zu setzen muss mir egal mit schon klappen wenn ich ihm das ergeben ich muss hat schon irgendwie ja wenn ich schon irgendwie schaffen ihr elende nargen aber ich habe meinen aufkrankt da und erreicht die danke mein gott das hat ihn nervig gerade naja ich muss sie raus okay einige leute kann ich ja hier lassen diese reichweite die leute müssen alle an einen ort bleiben ich sage für mich hat ja wir sind einfacher ab ich möchte mich hier noch trifft sieben zwei wisst ihr ja wohl nicht treffen 127 aber du bist weg das gute ist je länger diese schlacht der geht desto stärker werden wir so die frage ist natürlich kommen wir kaputt gehen durch diese attacke weil sich nämlich nicht sonst will ich sie schon gerne hier drin lassen ja einige leute meine ich warte mal ich kann eigentlich holz 3 ja es mag schon angriff sich gerade 55 also ich kann da total reingehen und mit einigen leuten das überleben so na ich will gar nicht wissen wie die speed ones hier von einigen leuten aussehen von diesem spiel man hat spiel irgendwie weil ich naja kapitel 1 weil ich fünf minuten ich bin schon über einige videos gestolpert wenn meine videos sind ganz schön länger als was irgendwie weil ich notwendig ist hier ja ich habe schon leute gesehen die haben das spiel irgendwie sehr viel schneller durch gespielt so mit so in sachen weil ich geschwindigkeit ich kann nicht ja lassen ne neuer satzer klug ich glaube ich sehr zu wenig ich habe jetzt kommt da keine blöden wolfsritter deshalb wird schon da wird schon klappen da wird schon gut gehen da wäre es noch in reichweite hier soll aber gut gehen glaube ich also in ordnung ja voll strahl und danach muss ich noch der wille von bossenblick bekämpfen wir haben noch nicht alle posten von feiern länder ledig alle bösewichte meine ich wir haben vier dann vier und dann nochmal vier und dann war ja zwölf ja schon ein bisschen im bühnen das hat so lange dauert er so lange will ich gar nicht aufnehmen man hat mir schon so ein bisschen zu lange ihr die letzten kapitel ach warum warum immer kann man es mal da unten nehmen null treffer chance die hälfte meiner leute kann ich nirgendwo hinbewegen woche um die typen oft her erfolgt der könig da ist vor allem dann sehen und ein tyrann der seine welt ins karl stürzte ja erfolgt der könig hier überall durchzukommen ist so wird sich ja mal weil durchkommen er dann blöden hintern dahin geparkt hatte ich kann mich die hälfte der zeit ja nirgendwo hinbewegen weil der überall steht da steht überall silberschwert 39 draußen geht ab irgendwie die welt unter erfolg gewitter haben okay von da aus erreicht vielleicht ich hier mit sage ich muss mal hier was da habe ich euch mit der normalen greife weil das dauert mir langsam ein bisschen zu lange packen wir lieber irgendwie die meere da unten irgendwo hin ich platziere sie jetzt mal dahin sie wird ja wohl nicht und irgendwas hier mit doppelt dreifach oder sohn hier 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 und so viele leute gerade ich habe voll dem spaziert aber auch nicht irgendwo ihn platzieren können ganz zeit um ihn so herum zu rennen ist voll nervig achten da kommen auch noch welche ja toll ab ist es tot wie soll sie ihn jetzt hier noch rauskommen aus dieser situation war hey sie war schon sie war schon ja voll im eimer das platzierungs mäßig naja jetzt ist sie definitiv weg was jetzt kippen ohne ende jetzt aber auch nicht gewacht ich kann mir aber auch irgendwie nicht dazu irgendwas zu machen ich habe so viele charaktere ich kann nicht benutzen weil wir alle im weg sind wir sind da unten auch noch gegner aufgetaucht gibt es nicht habt ihr alles wir haben twitter selber ganz sehr cool weißt du gibt zahlen ein reichweite cool ich kann nicht dazu rettung einzusetzen glaube ich also was ich ja machen kann das jetzt hier mit k2 wie weit kann ich damit reichen ich erreiche ich muss hier stehen das platziert er sie genau da rein das ist nicht weit genug da wäre es mir auch langsam egal gerade die gerade den dialog möchte ich sehen zwischen eik und aschnat so aber wenn sie auch verteidigt haben hat sie 45 verteidigung weil sie hat weniger ap jetzt hatten dabei neben dem weg so nach unten ich muss mich mit meinen leuten ja wieder vereinigen kann ich sagen hat hier alle hier unten sind aber wer trifft mich hier aber man braucht noch gar nicht das zweite mal mit ihr muss auf ein gericht wir müssen dann eigentlich alle überleben jetzt kommen wir hier auch wieder so blöde wenn ich einfach auf dich ein bisschen losgehen ein bisschen schaden anrichten ich muss die leute mal hier vorbeilaufen lassen mal ebenso na jetzt erreicht also also 46 29 30 ich muss der schaden anrichten ok ich kann da eigentlich voll auf ihn losgehen irgendwann möchte ich den schon erledigt kriegen da auch gemacht kleiner dache große lache und dieser land aus dem weg da war ich habe es auch weiter wenn man da runtergefallen glaube ich in abgrund seht euch an diese grad ziel kann da war ja einfach so jetzt kommen dann wieder welche so ja wie was mit nein zu bereiten hat gibt es wieder nicht was ist ein wichtiger die oder schon eher die anfang anfang hey was geht na wir holen ja langsam auf mal kommst ihr hin macht ihn fertig ich ja einer will ich ja 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 ich ja also ruhig mal kritten kollege da macht die naka schon ein bisschen mehr mäßig mal aus eigentlich habe ich gerechnet natürlich würde ok so viel dazu aber ich kann nicht aussehen seine reichweite gegen cool ich meine erde und physischen angriffen er betont eine helde in zwei feldern an 1 46 angriff kraft wenn sie auf voller ps ja den wir machen eigentlich das können wir nicht mehr erreicht werden ne 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 und da töter mann was bin ja ich war nichts anscheinend ich komme ja nicht dazu irgendwie man kaputt wohl hohe da war vielleicht nicht so gut nachher jetzt habe ich sie in reichweite und sie hatten wir am töter er hatten wir im töter das gibt es jetzt nicht mann nach ein fehler gemacht man nicht einmal nicht richtig hingeguckt man kann man wie viele gegner hier sind das ist ein bisschen übertreiben ja da war habe ich keinen twitter dabei ich mache noch die meere da unten ich hoffe irgendwann lässt die verstärkung nach oh mein gott oder die meere da unten mann nicht rechtzeitig in 72 kp gott ich dachte er ist aber sie er nehmen geäußert ja jetzt krieg ich ja noch nicht dauernd hatten überraschung mein gott ich war zu viel und ich war schon wieder ein ich am anfang bewegt hatte und da kommt schon wieder den nächsten der kampf der dauert stunden hier genau deswegen wollte ich nicht weiter spielen er wird da und so lange kapitel nachher ich habe schon ein bret bewegt auf dich oder auch nicht ich habe das ich habe das ich habe das ich habe das ich habe einen das schon kann habe ich nichts gesehen nämlich jemand getroffen hätte aber was mit dem mensch wert ja da war nicht gut ich kann noch im boxen mal den her so schauen würde ich eigentlich hier mitmachen aber lieber auf ihn losgehe aber wenn ich vor wenn wir alle runden sind dann kommt der nächste ob die nächste will angeht versuch so musst du auch die los noch mal warte was wir sagen gar nicht so einen roten beicht gedehnen ok was haben wir am schlimmsten wir haben töter ja ich bin gar nicht wissen wie lange dieser part sein wird eine stunde dauerne hat so wir können ihn lange aber sicher irgendwie so weitermachen ich sollte für langsam das war nicht getroffen warum gleich schon wieder die nächsten verstärkungsdrucken aber könnten bitte komischerweise ich verstehe hat nicht heronischerweise kriegt für die gegner ja wieder erfahrungspunkte aber ich muss schon mal ein bisschen ja gut auch nicht das war eigentlich nur noch leute hier im platzieren die ganze zeit sich die leute hier kommen dann sind wir eigentlich noch nicht weil ich ja gerne normale heilung mir gefällt euch gesagt hat sie so ganz langsam ein bisschen ap unterzieht und lassen wir die mal da stehen mit euch muss ich hier mal weg ich gedrehe natürlich ich kann überhaupt nicht mehr mit den links jahren mitten in der achse oder wird vielleicht nur die mehr da unten im bringe einen dialog da war schon wieder so lange da muss ich ja wohl so nummer sich aber eigentlich eine vernehmen treffen musste so ja nur bisher hier fast Okay, okay. wenn wir am anfang ja einfach gut so wir hatten ja ein bündnis Ja, ne? Es ist okay. Es ist okay. Ah, was geht? Schaden. Ja. Ich kann euch auch ein bisschen mal öfter damit kritten. Na, aber ohne Fähigkeit geht nicht. Okay. Hi. Hi. Boah. Es ist immer noch nicht in Reichweite. Da gibt es nicht. Jetzt aber. Ich hab hier die Musik irgendwie nicht. Das ist ein merkwürdig Ersatz. Aber es stimmt. Ich verstehe irgendwie diese Dubstep. Ich finde den gut, aber ich verstehe nicht diese Richtung. Warum ist, warum hat dieses Spiel irgendwie so ein Dubstep? Daher irgendwie. Also Musik Richtung. Ich weiß, weil ich mich relativ früh war. Ach. Okay. Jetzt sucht er überraschend oft mit Foran Treffen. Ich bin überrascht. Positiv. Meinatz. Meinatz. Mein Bogen. Aber Eddie ist auch da mit 20. Cool. Stärke 35. jetzt mal mit überspringen ja ne ich dachte da noch ewig gott okay jetzt haben wir ihn schon ein bisschen angreifen ja ich sagen hier müssen wir noch mal mehr oder weniger aber noch gar nicht angegriffen hast genau mich hast du dich angegriffen naja ist das drei lebensbeine wir waren jetzt auch mal langsam weg er sagt jetzt so irgendwie ein besserer schwertmeister gewählten das stärke mäßig und also was machen ja der richtigen betrachtet hat labs die ganze zeit irgendwie probleme gab ein hochleveln ich habe hier schon wieder nicht da doch habe ich wohl sei irgendwie doch die fröhne getroffen aber nicht naja will ich sehen gritts ohne ende so der bäber noch erfahrungspunkte geben ja war da rein 100 in den ganzen dialogen aber warum nicht mehr du bist ja mit dem wirm tötern ich krieg noch nicht mal den dauern das hat ja mein gott sei dank was hat dann bist du hier nein allein ja da habe ich mir gedacht ich muss den der wache die silber ganze jetzt haben wir den ja vertrauen sieben aber die sagt möchte ich den ihr dauer okay mehr oder weniger okay mehr mehr sage ich jetzt heißt es reicht es nicht aus ist nicht genug jetzt ist da wieder schwäche bringt aber nix wenn ich kann ja nicht angreifen mann hier kann ich reingehen 1 2 3 ich kann hier eingehen aber manchmal mit dem stage wird mehr schaden als mal wieder ein bisschen was abziehen aber wenn man weiß ich noch mal auf ein blau Oh, das stinkt. das war wahrscheinlich wieder die nächste weile gleich an posten vielleicht gehen wir ein ding hier weg kann ja auch hier aber nicht nur ein bisschen kleiner wäre als du dann kann man fahrt also mal kräften bitte ich weiß in welchen zug ich gerade bin naja wenn wir nächsten genau richtig bekackten orten sind die zurück ist da oben rechts keiner naja jetzt jetzt noch keiner noch keine aufgetaucht er hat rache dunkles im moskau ins reich an als ganz oben links diebe natürlich ein urteil ist mit kajas reich verzweiflung dass du siehst lieber aus beziehen als reich und befreie bei lefs reich kinder der gottinnen tötet machst du mir ernsthaft er gibt mir jetzt diebe mit s rang waffen ein 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 ein